Die Fans dürfen beim Spitzenspiel des Tabellen, ersten gegen den Tabellen, dritten auf eine heiße Partie hoffen und das nicht nur aufgrund der 26 Grad Lufttemperatur. Heiß ist auch das Thema Stadionkauf. Klubberpräsident Christian Jauck wagt einen Vorstoß, um mit einer Modernisierung die Austagung von Champions League Spielen in der Merkur Arena zu ermöglichen. Sturmcoach Christian Ilzer setzt auf frische Kräfte nach der Auswärtswatschen von Eindhoven. Geierhofer, Horvath und Teschera rücken für Affengruber, Jirländer und Böwing in die Startelf. Außer Klagenfurt fehlt da zuletzt starke Sinnen-Karweiner verletzungsbedingt. Kimi Cibasi ersetzt ihn, Irving rückt dadurch in die Spitze. Sturm beginnt dominant, das Spiel findet ausschließlich in der Hälfte der Gäste statt. Den ersten Abschluss gibt es in der 12. Minute. Yusuf Gazibegovic kommt nach Wimmerabwehr mit links zum ersten Torschuss, kann damit aber nicht wirklich für Gefahr sorgen. Von den Klagenfurtern kommt offensiv gar nichts. Diese Freistoßflanke in Minute 23 ist die einzige Fangübung für Sturm Stoßmann Kjelskerpen in der ersten halben Stunde. Doch auch Sturm tut sich schwer aus der spielerischen Überlegenheit Abschlüsse zu kreieren. Das Spiel plätschert vor sich hin. Der Gesichtsausdruck der beiden Coaches spiegelt den Unterhaltungswert der ersten 30 Minuten wieder. Doch dann gibt es plötzlich Aufregung. Jonas Ahrweiler spielt seinen exzellenten Pass in die Spitze auf Simon Straudi und der wird von David Schneck rustikal gestoppt. Schiedsrichter Markus Hameter zeigt zunächst gelb. Peter Pakul zieht das natürlich komplett anders. Und Videoschiedsrichter Alain Kiers scheinbar ebenso, denn der nimmt Funkkontakt zu Hameter auf. Straudi hätte freie Bahn auf das Grazer Tor gehabt. Dadurch käme auch Rot für Torraub in Frage. Nach dem Videostudium nimmt Hameter gelb zurück und zeigt Schneck glatt Rot. Für den Linksverteidiger ist es der erste Platzverweis in seinem 64. Bundesligaspiel. Viktor Kassai, technischer Direktor der Schiedsrichter beim ÖFB, beobachtet das von der Tribüne aus und dürfte mit dem Vorgehen des Schiedsrichterteams zufrieden sein. Die Klangfurt übernehmen dank der numerischen Überlegenheit das Kommando. Minute 40. Straudi. Mit einem sehenswerten Fersall-Doppelpass mit Benatelli. Straudi kommt in den Strafraum und zwingt Skirpen zu ersten Großsatz. Die Szene geht aber noch weiter. Till Schumacher hält den Ball im Spiel. Pass zu Gemici Barsi. Und der zieht aus der Distanz ab. Und das richtig gut. Die Zeitlupe löst auf, wie knapp Klangfurt an der Führung dran war. Mit einem 0 zu 0 geht es dann in die Pause, in der beide Trainer personell reagieren. Peter Pakult bringt Veniznik für Benatelli. Christian Ilzer, Fusini und Dante für Vlodacic und Kiteshvili. Die Weidmarsdorfer starten offensiv in Hälfte 2. Irving setzt Straudi perfekt in Szene. Der schließt großartig ab und trifft die Stange. Skirpen rettet ihm nachfassen. Simon Straudi, der eine starke Leistung zeigt, erzielt beinahe sein erstes Bundesliga-Tor. Nur fünf Minuten später Eckball des eingewechselten Verniznik. Zvetko kommt zum Kopfball und wieder pariert Skirpen. Der niederländische Schlussmann bringt nicht nur die Klagenfurt der Spieler zum Verzweifeln, sondern auch Trainer Peter Pakult. Nach knapp einer Stunde spielt Wimmer den Ball stark in die Spitze zu Zvetko. Und er bringt das Leder wieder nicht im Tor unter. Die Führung der Kärntner wäre mittlerweile hochverdient. In der 65. Minute kommt Sturm, dann wir es ihm nichts wieder einmal nach vorne. Doppelpass, Horvath mit Fuseni. Dann der Pass raus zu Dante. Hereingabe zu Fuseni und der probiert es artistisch. Irländer kretscht nach, wird aber wegen einer Abseitsstellung von Fuseni zurückgepfiffen. Fusinis Aktion ist sehenswert, die Abseitsentscheidung aber ebenso klar wie richtig. Doch Sturm schöpft in Unterzahl neun Mutts. Angriff in der 79. Minute. Langer Pass von Wüthrich in die Spitze auf Horvath. Der leitet zu Fuseni weiter, der wieder zu Horvath. Und er versenkt den Ball im Tor. Der Torjubel wird aber je unterbrochen, denn wieder steht Fuseni im Abseits. Die Kärntner im Glück. Doch Peter Pakult kann es nicht fassen, dass sein Team mit einem Spieler mehr derart unter Druck gerät. Die Grazer zeigen enormen Siegeswillen. Es läuft bereits die Nachspielzeit. Eckball Horvath. Fuseni mit einem Querschläger. Böwingsschuss. Landet bei Affengruber und der trifft die Latte. Sturm ist trotz der einstündigen Unterzahl näher am Sieg dran. Affengruber hatte die drei Punkte auf dem Fuß. Doch die Joker stechen nichts. Es bleibt es damit beim 0 zu 0. Und das wird von Peter Pakult und Christian Ilzer natürlich sofort freundschaftlich besprochen. Die Stimmen zum Spiel von Robert Neukirchner. Angesichts der Chancen am Schluss muss man sich fast ein bisschen ärgern, dass es trotzdem nur ein Punkt wurde, obwohl es so schwierig war. Ja schon. Also ich ärgere mich auf jeden Fall, dass wir nicht gewonnen haben. Und unser Anspruch ist natürlich zu Hause gegen Klagenfurt zu gewinnen. Aber ja, jetzt müssen wir halt mit dem Punkt leben. Wir haben ein bisschen zu schlampig gespielt. Vor allem im letzten Drittel dann. Dann können wir ein bisschen mehr mitnehmen. Aber so, ich glaube, wenn wir vor einem Spiel gewusst hätten, dass wir einen Punkt mitnehmen, dann passt das schon. Wo wir uns dann gefunden haben, wo dann auch enorme Energie von den Zuschauern gekommen ist. In dieser Phase waren wir dann auch mit einem Mann weniger, wenn ich jetzt in die letzte halbe Stunde denke, fast näher am Sieg als Klagenfurt. Von dem war es ein schwieriges Spiel für uns. Wir haben einen Punkt genommen. Ja, es ist für mich ein gerechter Punkt, einfach so, wie es dann der Spielverlauf war. Fünf Punkte nach drei Spielen ist, glaube ich, ganz ordentlich für uns. Und es ist noch trotzdem Luft nach oben, gerade im Spiel mit dem Ball nach vorne. Und wenn wir uns das erarbeiten, glaube ich, dann haben wir schon ganz gute Chancen, eine geile Platzierung wieder zu erreichen. Die Punkte werden zwar geteilt, der positive Saisonstart aber von beiden Teams prolongiert. Denn auch im dritten Spiel der neuen Spielzeit bleibt Sturm und auch der Klagenfurt ungeschlagen.